Jetzt muss ich aber mal ganz kurz wissen, von den Männern, wer kann denn Salzer tanzen? Außer Dirk, der ist ja nur in der Salzer-Battie. Marthus auch. Lassen wir uns überraschen, Steffi. Morgen Sieg, lassen wir uns überraschen. Ich stehe hier auf. Okay, das heißt, die Regeln kennt ihr? Die Regeln gesagt, dass der Chef anfängt? Das heißt, dass der Chef anfängt? Das ist wirklich gut. Die haben doch Schlüppel gekocht. Das ist ein Tag! Das ist ja auch gut. Das ist ein Tag! Ein Tag! Das ist ein Tag! Das ist ein Tag! Klaaschen! Applaus 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 Applaus